Jetzt ist schon wieder was passiert. Das war der Wind. Und den Helm hat ja auch der Winterfunk wart. Ich habe eine Helmbefreiung. Und warum haben Sie eine Helmbefreiung? Schuppenflechte und chronische Migräne. Und ich kriege so Beklemmungszustände unter dem Helm. Ich würde sagen, wir blasen nochmal. Bannendrei, kann ich auch ganz mit. Nein, das kann es aber jetzt nicht, wer hört. Wir sehen uns im abre Fritos. O Bindos e você?